Hi guys, ich bin die Krys und willkommen zurück zu The Walking Dead. Nun, ich habe jetzt die Lautstärke runtergedreht. Ich hoffe, es ist jetzt nicht mehr so laut. Und in der letzten Episode haben wir leider Sean verloren. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie verhindern hätte können, indem ich den kleinen Taki-Taki rette. Aber ja, vielleicht spiele ich es nochmal durch. Und werde das dann einfach nochmal gucken. Ja, jetzt wollen wir jetzt natürlich vom Papa, Papi, vom Schauen vom Hof vertrieben. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. So, weiter geht's. Oh, ich muss jetzt, ich hoffe, ich muss jetzt nicht von vorne anfangen, oder? Das war echt die Scheiße. Das war richtig, richtig scheiße. Und das Lied. Sehr gut. Und das ist so, wie wir gehen. Dann ist es weit genug. Und Drugsdorf, geil. Ah, nee, nee, unfriendly, unfriendly. Unfriendly. Oh, nein. Oh, shit. Ah, geh weg, geh weg. Oh, wer bist du? Wo bin ich? Bin ich? Mr. Lee? Sie haben ein Vorhängeschloss. Das wird sie aufhalten. Genau. Beste Erfindung ever. Beste Erfindung ever gegen Zombies. Ja, könnt ihr euch mal vorstellen? Ihr habt keine Manieren. Was? Wo ist sie, wo ist sie? Ich muss aufs Klo. Sag doch einfach was. Ah, sehr gut gerade. Ah, ich habe gerade irgendwas geteilt. Oh, oh. Nein, oder? Es ist wirklich ein bisschen an... Warum soll ich das entscheiden? Das ist dein Kind. Ich weiß nicht. Das ist dein Kind. Warum soll ich das entscheiden? Was wurde er jetzt? Biss er dann nicht. Ja, das war's, Benden. Komm nicht, ich kann nicht mehr, ich muss Pisschen. Warum muss ich mich entscheiden? Das ist ein beschissenes Kind. Du hast recht, ihn verlassen. Nein, es tut mir leid, kein ihn verlassen. Du hast niemanden zu retten. Ich habe eine kleine Frau, die ich hier auch versuchte. Willst du violent sein? Komm schon! Du hast lieber einen Plan, um mich zu töten, denn es ist mir, bevor es jemand anderes in hier ist! Oh, oh. Ah! Jesus! Oh Mann, Alter, du bist einfach... Warum stolperst du so oft? Warum... Was machst du denn immer? Oh, shit, 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 shit! Mach irgendwas, mach irgendwas, mach irgendwas! Ah, ich drück doch! Ich habe doch gedrückt. Oh, ich ziel die Becke, ja. Ziel mit der nicht auf mich. Wer bist du eigentlich? Ja, was hast du denn gedacht? Zwang, kack! Vorher ist es los! Kack, vorher ist es los! In der Teilschau! Oh nein, er hat eine Herzattacke! Wie schrecklich! Oh nein, er hat eine Herzattacke! Wie schrecklich! Was? Bitte was? Nitroglycerinpillen? Nitroglycerinpillen? Ja, wir sind raus! Wir haben versucht, in die Pharmakie zu kommen, seit wir hier sind. Bitte was? Bitte was? Nitroglycerinpillen? 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 Aber wenn wir es nicht mitbekommen, ist das ein Happischhandel von Herzpillen? Ich lesse mich hier. Ich werde mich auf meinen Daden halten. Ich meine, es sind Nitroglycerin nicht Risiken. Sprengstoff? Oder verlässt mich hier gerade mein Allgemeinwissen. Oh nein. Oh Gott. Ah, da wirst wir nicht zurückkommen. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Du bist... Irre. Ja, guck, toki. Lilly and Larry. So richtig anfänglich. Und du, du hättest ein Augenblick auf die Frontdecke. Du bist unser Schau. Es ist Doug. Du hast es. Und ich bin Carly. Okay, Carly. Du wirst mit Doug in die Zeit, wenn er es braucht. Für jetzt, du hast ein Rest. Du bist ein guter Schuss. Und ich würde es so halten. Du hast es, Boss. Jetzt holt ihm diese Pille. Was guckt denn die so sauer? Ich brauche die Scheißpillen. Ich weiß nicht mal wo. Ist das ein Geldautomat? Du könntest den looten. Loot ihn. Freies Geld. Oh, ist das? Okay, die Pille sind da drinnen. Oh, ein Energieriegel. Nimm ihn. Ich brauche den ja noch. Kann ich hier reden? Ja, die Bier. Die Bierin in der Gier. Ja, was sind wir jetzt auf einmal in einer Love-Story? Ja, hast du vorhin schon erwähnt. Wir sind nicht taub. Entschuldigung. Soll ich jetzt auch noch über den Herzkacken machen? Auffassen. Dass ich ihr selber schon selbst aufrecht? Das ist es nicht. Das muss ich nachher mal gucken. Das muss ich nachher mal gucken. Das muss ich nachher mal gucken. Ich versuche ihn nur aufrechtzuerhalten. Ah, fuck you. Ja. Ja. Ich versuche ihn nicht. Bisschen. Ja. Wir haben hier Kinder. Er und ich sind eine Familie. Ich sage nur, dass einige Leute so nicht so wie das. Hell. Es scheint, wie du kannst. Es ist nur seine Weg. Du hast ihn nicht der Grund, warum alles schreckt. Ja, aber er macht, er gibt uns auch eine Schuld dafür. Wo ist ihre Mutter? Savannah, ich denke. Oh. Ihr seid nicht zusammen. Oh, nein. Ich bin nicht ihr Vater. Ich habe sie in einem Haus gefunden, als ich aus der Atlantien kam. Sie hat sich selbst überlebt. Ich denke, die Mädchen' Eltern haben das nicht gemacht. Oh. So lucky. Lucky, lucky, lucky. I work at Warner Robins. The Air Force base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. Lachen. Lachen. Oops. Oh mein Gott. Bitte nicht, das waren nicht seine Eltern, oder? Meine Eltern sind nicht tot, oder? Öffnen Büro. Okay, Moment, Moment. Vielleicht kann ich hier noch irgendwas mitnehmen. Da ist noch ein Energieriegel. Was ich dasselbe, den ich vorher mitgehen habe lassen. Was steht da? Äh, Speisekarte, ja. Hier gibt's ein Milkshake, Ice Cream Soda, Ice Cream Flow, Phosphat, Phosphat? Kaffee, heißen Kakao. Ja, ich hätte gerne bitte einen heißen Kakao. Äh, ein Root Beer. Und ein Ginger Ale, ja? Ja? Okay? Bitte. Nein? Kriegst du kein Getrinkgeld, gell? Sag ich schon. Bitte gerne. Nein? Wie ist das? Wie ist das? Ist doch egal. Es war nur ein Schock. Wir sind Glücklich, dass jemand hier nicht gewinnen. Was hast du gesagt, Lee? Sie hat sich selbst übernommen? Das stimmt. Nicht nur ein kleines Mädchen kann das machen. Sie sind gut? Ihr seid alle gut? Wir sind gut. Wir sind gut. Wie geht's? Wir haben alle viel übernommen. Was ist der Plan? Bleib ruhig, ich glaube. Es ist ziemlich gefährlich da draußen, also wir müssen uns warten, um Dinge zu schließen. Du sagst, deine Familie ist von hier in Macon? Das ist richtig. Wo sind sie? Können wir sie suchen? Oh oh. Ich wusste es. Oh Gott. Sie haben dieses Ort. Was? Was willst du? Wo ist manchen? Ja. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Was? Was willst du? Jaaa. Aufmuttern? Fragezeichen? Jetzt habe ich nicht gesehen, was er gesagt hat. Scheiße. Gehen wir mal, gehen wir mal zur Clem. Warum? Warum? Wo ist sie denn? Soll ich da rein? Da, da. So, Zwerge. Okay, mit dir, dann kriegst du dann einen Energieriegel. Was sollen wir jetzt wissen? Er hat ja noch nichts gesagt. Komm, lass uns kennenlernen. Tolle Konversation. Wow. Tolle Unterhaltung. Wirklich. Respekt. Ja, ne, das, das... Oh, schau mal, da unten liegt ja noch einer. Kann ich ihm Dacki-Dacki geben? Also nur, was will. So, bevor ich... Was ist das? Es ist das Box. So, was mit dir? Das Radio? Ja, ich bin technisch auch so toll bewandert. Äh, wir schalten es mal ein. Okay, wir schalten das Licht ein. Dreh es um. Da. Keine Batterien. Keine Batterien. Ja, okay. Ich... Ich meine, ja. Nein. Ich kann versuchen, etwas zu finden. Es braucht auch zwei. Danke. Ich würde nicht wirklich wirklich wissen, was zu suchen. Ja, okay. Also ich... Gut, vielleicht wäre ich auch so dämlich und hätte einfach nicht reingeschaut, dass Batterien in dem Scheiß-Teil sind. So, hallo? Klar, machen wir nicht einen Spaziergang. Aber ich sollte doch eher mal ins Büro gehen, oder nicht? Oh, das sind... Oh, Bilder. Oh. Traurig. So, Batterien? Jawohl, Batterien! Eine. Und eine zweite. Und eine zweite Batterie. Zweite Batterie. Zweite Batterie. Hier haben wir ins Büro. Okay. Hä? Hm? Oh Gott. Wie beschissen. Ja, nee. Also, du weißt schon, slidey slide, gell? Oh, mein Foto. Ja, heb's auf. Nimm's mit. Nein, was macht er denn? Find anything? Es geht mit dir. Verschwinde. Schön für dich. Schön für dich. Was bist du für ne komische Bildfrau? Dann halt Dann halt doch einfach die Schnauze Oh, was willst du mal anmachen, hä? Mich an Mich an Äh, äh, äh Wünschen Oh, willst du mich anlächeln, wenn ich dich schade Mit deinem komischen Arsch Ja, nee, oh, ich slide schon wieder Slide Oh, slide Kann ich da nicht einfach rüber gehen? Ich meine, was ist mit dir? Nimm das da einfach Echt jetzt mal Auf einmal können wir da hingehen Ja, ah Ja, das ist schön, dass du mir hier deinen Schritt zeigst Aber das wollte ich eigentlich nicht So, guck mal Was ist das? Stange? Waffe? Holz? Irgendwas zum Schlagen? Jawohl, alle Waffe Okay Okay Ich weiß nicht, willst du die nicht nehmen? Ah, okay Okay, das ist die Tür zur Apotheke Warte mal Bin ich hier noch irgendwann eine Batterie? Okay Äh Da ist nichts drinnen Kann ich hier noch irgendwas machen? Hier vielleicht? Nein Ich habe eine zweite Kackbatterie Vielleicht gehe ich nochmal kurz raus Oh, Gott Oh, Gott Sorry, aber ich bin einfach für einen ehrlichen Weg Tut mir leid, Clementine Aber ich will da einfach niemand belügen Kann einfach so geschissen ausgehen Weil bei Telltale spielen Warum ist die zweite Kackbatterie? Wo ist sie? Äh? Achso, schesse Da, da, da ist doch eine Batterie Äh Nein Ach, fuck it Was ist das? Na toll Hallo Oh What do you got to? Also I'm down at that motor inn And Well I'm stuck Stuck? Yeah I Saw a chance to get some supplies for the group And a bunch of the Roller Lone's got the charm on me So I'm hiding over here But they won't leave What's up? Glenn's trapped down at the motor inn Hey, Glenn, we're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? Bloß nicht sterben. Tu nicht sterben. I think Doug's not great around zombies. You've got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor end, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know, as soon as you want to head out, I could use a jog. Ich wollte doch eigentlich nur rausgehen. Und einen Rundgang machen. Vorher die Pillen halt holen. Lass uns zuerst draußen umsehen, dann hol ich die Kackpillen. Und dann gehe ich mit der Carly einfach mal herum. Befreien Glenn. Oh, Jesus. Oh, toll. Die hätten sich nicht mehr an die Zebra schlafen. Keine Manier, diese Zombies. They just eat. As far as I can tell, it's all the care of me. And if one gets you, they eat you. And whatever's left comes back is one of them. Sail! Da müssen wir hin. Da ist ein Sail. I think it might be more than a couple of days before all this gets sorted out. Ja, well, I think so, too. We better keep it down out of here. Da ist doch, da ist doch irgendwo. Ziegelstein. Kann mich bewegen. Sprich mit Dark. Keine Batterie. Okay, gehen wir wieder zurück. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Ach, die, ich brauche Schlüssel? Scheiße, dann hätte ich sie eh nicht können. Nee, holen, bitte. Ich bin hier. Na toll. Scheiße. Ja, aber eher vielleicht. Tucka. Okay, wir gehen, wir gehen wieder hinein. Okay. Tschüss. Wenigstens zwei, die verstehen, dass ein Zebrastreifen da ist, damit man auf den Zebrastreifen geht. Eine Grußkarte. Oh, er hat seinen Sinn für Humor noch nicht verloren. Das ist doch ganz nett. Jetzt hat er hier... Das ist sweet, Lee. Willkommen, ich warte immer noch auf meinen Ginger Ale. Meine heiße Schokolade. Einmal ist sie hinter mir. Snick, snick, Kind hier. So, wo ist denn die Apotheke, die ist da drüben, gell? So, Mama. Ah, wir schauen, Philipp. Hier geht's. Hier geht's. Watch your fingers in the drawers. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Ja? Okay, here we go. Starkes Kind, wirklich. Do you have kids? No. You don't have a family? What do your parents do? My mom is a doctor, and my dad is an engineer. Engineer. Those are good jobs. What's your job? I, uh, teach history and writing and things like that. Like, um, social studies? Yeah, like that. You didn't answer my question. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? I hope not. It's just complicated. That's all. Why? It just is. But you love them, right? Natürlich Laufeskind 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 Oh-oh Ja, som gluttelig styrte den ersten hilfekasten Ne? Oh, was ist da oben? Ein Fernseher! Oh, da ist sicher eine Batterie drin oder? Warte mal, was soll das erste hier bekommen? Lass uns mal untersuchen Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gute Idee Gute Idee Gute Idee Ich habe jetzt irgendwo hingedrückt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe Ja, der ist geil, der macht uns alle Angst Kann ich nicht irgendwas mit der Kack-Fernbedienung machen? Hä? Ich meine, in der Fernbedienung sind doch sicher Batterien Wo ist meine Batterie? Ah, da ist sie Kann ich da nicht Oh Kann ich da nicht irgendwas, irgendwas, äh, dingsen bumsen Dingse bumse Keine Ahnung Keine Ahnung Scheiße Ah, nein Da, 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 irgendwas, nein Ah Ich nutze die Batterie Ja, und? Jetzt? Ja, ich wusste es, aber ich habe nicht Ah, okay Ah Ah Okay Ah Ja, dann hat das ich kein Trick Ja, dann lass mal abkauen Oh mein Gott Ich bin auf der Suche nach Batterie Wow, das ist eine tolle Antwort Ich bin auf der Schwierst Ich bin auf der Suche nach Der Schuss Ich bin auf der Schlag Nein Ohohohohohohohoh Oh, okay, die zwei also. Na gut. Ich weiß nicht, wo da Batterien sind. Vielleicht muss ich da draußen was suchen. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall, Leute, werde ich hier wieder eine Pause machen. Danke wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Ton hat diesmal gepasst. Wenn nicht, drehe ich ihn natürlich weiter runter. War diesmal nicht so Action geladen wie die letzte Folge, aber muss ja auch nicht immer sein. Von dem her danke fürs Zuschauen. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Cheerio.